Ich bin Arafat, ich bin 23 Jahre alt, ich bin schwul und ich stehe total auf dem Vater von Jem. Viel Spaß. Ich kann aufstehen, du bist Gaston. Was ist das? Stichwort Tattoo Prank. Ich glaube, dieser Begriff sagt einigen von euch etwas. So ziemlich jeder von meinem Kanal hat dieses Video eigentlich schon gesehen. So und der nächste Prank ist da. Mein Vater wurde angeschwult von einer Person, die er nicht kennt. Aber bevor dieses Video beginnt, ich wollte einfach mal Danke sagen, weil wir haben mittlerweile 100.000 erreicht, sind schon bei über 120.000 Abonnenten. Das ist einfach so krank, das wächst so schnell und dieses Video ist richtig krass, also ihr werdet euch glaube ich behindert lachen. Ich verlose ein iPhone 8. Ich habe dieses iPhone gesponsert bekommen. Ich bin am 24.02. in Rüttenscheid im Addicted Club. Die Informationen dazu stehen unten in der Beschreibung. Hier ist das gute Stück. iPhone 8 Plus mit 256 GB, Freunde. Das ist für euch und ich finde das schon krass, so etwas verlosen zu können. Leute, und für dieses iPhone, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst dafür nur drei kleine Sachen tun. Geht auf die Seite. Der erste Link in meiner Beschreibung ist die Facebook-Seite, wo ihr einfach die Seite auf Gefällt mir drücken müsst und ihr müsst auf Zusage drücken. Also, dass ihr an der Veranstaltung White Lion teilnehmt. Wenn ihr an der Veranstaltung teilnehmt und auch dann kommt, dann seht ihr nicht nur mich, sondern ihr seht auch meinen Dad. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, viele von euch wollen auch meinen Vater sehen. Ihr könnt uns beide dort treffen. Also, mein Vater wird auch im Club sein und wir werden da einfach zusammen chillen. Deswegen kommt einfach alle. Dort werde ich am 24.02. zu sehen sein mit meinem Vater. Das Ganze ist aber ab 18. Also, nur 18-Jährige können dort hinkommen, damit ihr Bescheid wisst. So, jetzt fragen sich die 16-Jährigen, 17-Jährigen, ey, kann ich dann trotzdem am Gewinnspiel teilnehmen? Ja, kannst du. Drück einfach trotzdem auf Zusage. Ganz einfaches Prinzip. Like die Seite, abonniert meinen Kanal, drückt auf Zusage. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, für euch ein fucking iPhone 8 zu verlosen. Ich meine, wie krass ist das? Und ja, viel Spaß mit dem Video. Peace. Yo, was geht YouTube? Ich bin zu der JamTV. Und Leute, Leute, ihr habt wieder auf einen Prank gewartet an meinem Vater. Und diesmal ist komplette Zerstörung, komplette Eskalation. Der Prank ist folgendermaßen. Arafat wird gleich, wenn mein Vater kommt, so tun, als wäre er schwul und wird mein Vater anschwul. Und mein Vater ist immer so einer, der setzt sich zu uns und so, sagt, hallo, wie geht's euch? Und sie ist das und so. Und wir tun so, als wäre er ganz normal, als wären wir am chillen und so. Und dann wird er den anschwulen und so. Bis zur Grenze ziehen wir durch und gucken, wie er reagiert. Winni, zeig mal, zeig mal. Will ich so bleiben? Voll sexy. Voll schwul. Ich bin Arafat. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin schwul. Und ich stehe total auf dem Vater von Jam. Sieg zu Ende Challenge. Aber... Aber... Oso早. Doei! Ich bin Fokus. Wo ist- Leeroy, no? Leeroy. 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 Alles in meinem Türke? Kas sich in ihrem Türke? Arafat. Arafat, Allah Ekber. Her history nichts mehr, keine wird. Der Wohl geht alles, ja? Hä? Sieht aber gut aus, ja. Danke. Du lebst auch noch? Ja, klar. Gut. Sieht aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das haben wir gar keine Kuschel. Dann nehmen wir das hier. Rutsch mal, rutsch mal. Rutsch mal ein bisschen rein, aber wieder. Ah, nicht schade. Gut Paprika. Jengsa, mach dir eine Küchentür zu. Kommst du aus Tunesien? Kann das sein? Tunesien? Nein, nein, mein Vater kommt aus Kamerun. Der war damals. Du bist Tunesien. Ehemaliges Osmanischer. Ich rauch nicht, danke. Gib mal was. Guck mal. Das ist schon Gastfreundschaft pur, ne? Also machen wir das mit Fertig-Singen. Gestern habe ich die richtig auseinandergenommen. Die Jungs? Ja. Ich auch. Was habt ihr gemacht? Was, was, was? Was habt ihr gemacht? Ja, Fragen haben wir, habe ich gestellt. Und dann haben wir die... Ich steck dir mal rein. Haben die einen auf den Nacken gekriegt. Ich finde die wieder so toll von euch. Ja, der verarscht mich auch. Die Mama spielt sehr groß und sachte, oder? Wenn zu dir deine Frau sagt, so und so sieht die Sache aus, dann... Nimmst du ihr das auch ab? Ich bin immer direkt und ehrlich. Also ich... Ich bin keine Person, ich schnatter hinter deinem Rücken. Das glaube ich. Immer direkt vor Kopf. Ja, aber gehst du dann auch zurück, oder? Ja, ja, ist logisch, ne? Ja. So, mach wieder was anderes. Mal wieder so Schnurz zerlassen. Also stimmt, dass du gut hast, ja? So, wir haben ja. Und du machst auch, Guto? Mhm. Schön. Ich weiß nicht, was der Fan bis jetzt gemacht hat. Dieser Tattoo-Prank. Warum? Und hier, meine Freundin ist schwanger. Die beiden, die haben die von Bokasama. Also ich frage, oder? Wenn du ein Foto mit dir machen möchtest. Ich schäme. Wie soll ich das denn machen? Warum? Wofür ich schäme? Mach Foto. Mein ist nicht hier, mein... Ich schäme. Was? Ich schäme. Ich schäme. Ich schäme. Ja, ich schäme. Aber du schäme. Nicht schäme. Ich habe einen Tick. Ich habe einen Tick. Ach so, ja. Ich habe einen Tick. Ich habe einen Tick. Ist ja einfach so kein Problem. Ja. Ich verkeine. Was sagt ihr dazu? Entschuldigung. Du kannst mich ruhig ruzen. Siehst du mal. Unterhaltung auf der Straße. Was er macht. Dein Ding. Das heißt. Leute. Okay. Warum hast du noch zu? Du kannst noch bleiben. Oh, noch zu. Du siehst dich nicht zusammen. Du siehst dich immer. Wo ist der? So. Und was sind eure Hobbys außer YouTube? Ich spiele Basketball. Super. In der Schule. In der Klassenmannschaft war ich. In der Klasse? In der Schule. In der Schule. In der Schule. Ich habe meinen Realschulabschluss in der Türkei. Danke. Der, der findet dein Video so schön, ne? Hä? Der sagt das super. Ja, ich bin nun mal so wie ich bin. Dankeschön. Ich habe schon gefragt, ob das Fake ist, aber... Entscheide selber. Ich brauche dazu keine Antwort geben. Ich habe für meine Entscheidung. Meine Entscheidung ist sicher. Das ist ja klar. Ich habe allgemein noch ein paar Fragen gesehen. Ja. Bitte. Ja. Wie alt sind sie eigentlich? Hier bin ich 24. Hier 24? Aber laut Papiere bin ich 46. 46. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Alice Sikima! Au! Alles schön hat ihn da, oder? Nein das gefällt mir nicht. Warte, das klickst du. Hau auf! Hau auf! Ich kann aufstehen! Du bist Gast, oder? Da vergesse ich, dass du Gast bist. Lass es lieber sein. Alles gut? Oder? Ich bin schon kein Türkisch. Ich hab mein Gleichbefrieden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Du musst eine Lokablage machen. Ich bin schon mein Bestes. Wir können so eine Pik-Challenge machen. Lass mal, eine Pik-Challenge ist nicht gut, aber es ist zu viel. Zu viel? Auch hier, wie gesagt, überall. Alles! Ola! Ich sag mal, auf Deutsch übersetzt gibt der Bewort. Ja. Die Zunge hat keinen Knochen, weißt du? Das kenne ich ganz gut. Und da hab ich einen Tick. Oder noch? Bitte? Dann muss ich noch einen Tick haben. Wenn ich ausrasse, dann hab ich einen Tick im Kopf. Das ist witzig. Guck! Ruhige! Das ist schön gut, aber... Du weißt, wir kennen uns erst mal ehrlich. Ich mag das nicht, wenn mich einer so kratzt. Und hast du mich gesehen? Oh, Alter. Das könnte ich ein bisschen anfassen. Hä? Ich mag es nicht, lass es sein. Versuch dich zu beherrschen. Der herrscht dich. Ja. So sehen wir das gleich nach diesem Prinzip. Alles von Muttern. Oh, der Hunger wird immer mehr tanzen. Ich habe gegessen. Das Ding ist jetzt nur die YouTuber. Du musst dir vorstellen, ich mache jetzt das Lied an und du musst dann weiter singen. Aber ohne das Lied. Verstehst du? Ich mache ein Beispiel. Was soll das jetzt? Schreibe Album im Jacuzzi. Moinigen komm wie Yakuza. Schreibe Album im Jacuzzi. Moinigen komm wie Yakuza. Mach mir bitte nicht ein Brüsi. Maiko Brüsti Bazooka. Maiko Brüsti Bazooka. Bazooka. Jetzt mache ich zum Beispiel ein türkisches Lied an. Hier zum Beispiel. Ja. Wir machen das aber so, dass wir den Ton leise streichen, sodass der es dann wieder einsteigt. Genau, genau. Der kann singen. Ja, das ist echt schnell. Das wird geil. Okay, los. Ja. Jo Freunde, was geht ab? Ich bin wieder back. Und heute ist sogar der Nero dabei. Und JamTV ist heute auch dabei. Was geht ab? Was geht YouTube? Ich bin zu der JamTV. Und ja, ich bin heute auf dem Kanal von den Jungs. Heute drehen wir die Musik-Challenge. Oh. Holum, Durbak, Elena, Ayana, Seipzig. Die Musik-Challenge weitermachen. Weitermachen. Rede einfach weiter. Wir drehen wir dir die Musik-Challenge mit dem Vater von Jam. Und mit Leeroy. Yeah, yeah, yeah. Was geht ab? Ja, ich bin heute auch dabei. Hast du Bock drauf? Ja, mach mal. Kannst du mir auf die Schulter kloppen. Ach so. Und nicht auf den Knie. Oh. Du, Holum. Eifach. Wie gefällt es dir? Ja, lass mal lieber. Mach weiter. Sonst, pass mal auf. Musst was noch mal machen? Friedhof. Nein. Friedhof, da aufsteh ich. Ja. Holum, Dur. Dalsch, Chima. Halsch. Amal, Lamaha. It's a break. Amal, Lamaha. Wuhu. Kimschu, Ula. Ja, der hat doch so getan, als wäre schwul, Mom. Oh mein Gott. Pah. Schöner Holum. Hah. Schöner Holum. Hah. 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 Dayak, cennetten çıkma. Sende buralarını çekicem. Sen, sen, sen. Ben de diyorum, buralarında, şuralarında oynampsi. Hah. 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 Ver lan, şu şeyi, kım�len. Hah. Hah? 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 Alter, Alter! Ja, Alter! Ja, weiter! So, das noch... Ich sage das jetzt! Ich sage das hier nicht! Du hast es nur noch nicht gehört! Du gerade geschrieben bist du noch nicht! Und du hast du keinen Zug! Du hast du da rumah, du hast du dich da gemacht! Du hast du ja hier verbaut. Wiemann uch die Ich hab nur gespült. Ich denke es nicht so gut. Boah, mein Arsch nicht so gut, du meinst so gut so gut. Ja, ja, extra Haare so viel mach für dich. Brennt Arsch, ja, ne? Brennt, ne? Aber steht noch nicht. Popo 6? Haben Sie etwas zu mir gesagt? Mann, wir sind top, wir sind mit den Elgol-Harketler. Gerade hat aber nicht viel gefehlt, ne? Hä? Ich sag das dir ja. Ich wohl lasse nicht, aber die sind Popo 6 oder so. Amen, Akkotofu noch. Ja, 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 ja.